Jürgen Dach, Jürgen Dach, Jürgen Dach, was brauchst du bei Ihnen sein? Hallo, ich hätt gern 500 Gramm Hackepeter, 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 Hackepeter. Jürgen Dach, was brauchst du bei Ihnen sein? Hallo, ich hätt gern 500 Gramm Hackepeter, Jürgen Dach, was brauchst du bei Ihnen sein? Hallo, ich hätt gern 500 Gramm Hackepeter, Jürgen Dach, was brauchst du bei Ihnen sein? Hackepeter. Bis zum nächsten Mal. Guten Tag, was war's bei dieser? Hallo, ich hätte gern 5% Wackerpeter. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.